Ja, du nicht. Du, ich bin krank, ich kann heute nicht schreien. Wenn du mich anbrotst, werde ich dich direkt bannen, verstanden? Achso, ja, du willst mich direkt bannen. Nein, nur wenn du mich anschreist, werde ich dich bannen. Ja, Junge, ich sei leise, mit dir hat keiner geredet. Was möchtest du denn, Schauvi? Ähm... Ich bin jetzt da. Ich wollte mich entschuldigen. Wofür? Ja, dafür, dass ich meinen Gold Plus reinbekomme. Du willst dich dafür entschuldigen, dass du einen Rang bekommst? Also, warte, ich meine, warum möchtest du dich entschuldigen? Was hast du Falsches getan? Ja, ich hab den Gold Plus-Rang nicht mehr und ich würde... Ja, aber ich verstehe schon, du willst dich entschuldigen, damit du den Gold Plus... ...weggenommen wurde, weil ich dieser... Ja, du willst dich... Ja, 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 jetzt halt mal die Klappe. Du möchtest dich entschuldigen, weil du den Gold Plus-Rang wiederhaben möchtest. Aber ich möchte wissen, was du Falsches getan hast, Schauvi. Ja, mir wurde der Gold Plus-Rang halt weggenommen. Na, aber warum möchtest du dich entschuldigen? Ja, warum? Es geht ja nicht darum, sich zu entschuldigen. Weil mir der Gold Plus-Rang weggenommen wurde. Nein, es geht doch nicht darum, sich zu entschuldigen, sondern du musst dich doch entschuldigen, wenn du glaubst, was Falsches gemacht zu haben. Äh... Ich hab aber nichts falsch gemacht. Ja, aber dann musst du dich auch nicht entschuldigen, Staubi, wenn du glaubst, dass du nichts Falsches gemacht hast. Ja, nee, ich will mich halt entschuldigen, damit ich den Scheiß-Rang bekomme. Schwer zu verstehen, oder? Ja, also ist es nur Eigennutz? Junge, nein, das ist kein Eigennutz, das ist... Das ist... Das nennt man auch... Gleichgültigkeit. Ich stelle dir was gleich und du gibst mir den Gold Plus-Rang. Äh, okay. Dann sag ich mal, nein, bekommst du nicht. Aber noch so ne Sache. Ja. Geht mal weiter, so, so, hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Das... Ne, oder? Hallo? Wie alt bist du? Wieso lachst du? Ja, du, keine Ahnung, kann es sein, dass du in Stimmbruch gekommen bist, also nicht böse gemein. Nein, Staubi, ich bin krank. Du bist im Stimmbruch. Nein, Staubi, ich bin krank. Ich habe jetzt schon ne Woche nicht mehr geredet, deswegen... Ja, ja, klar. Abgewürter Wachstum. Du bist so ein süßer Kerl, aber ich bin einfach nur krank gerade, weil ich jetzt... Du bist nicht krank. Lachst du mich gerade aus? Lachst du mich gerade aus, Staubi? Ja. Den Rang bekommst du trotzdem nicht, Staubi. Möchtest du doch irgendwas sagen? Ja. Achso, ich bekomme den Rang nicht? Nein, du musst dich... Ich habe mich doch jetzt entschuldigt. Ja, es geht aber nicht darum, sich einfach zu entschuldigen, sondern wir wollen ja, dass du in Zukunft dein Verhalten änderst. In Zukunft, Junge, was steht in deinem Gehirn drin, du Opfer? Was ist hier, Zukunft, 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 stecke ich dir gleich mal in den Arsch? Ja. Bist du ein richtig... Was? Ja, dann ist das Gespräch an der Stelle, würde ich sagen, vorbei. Nein, das ist nicht beendet, das geht hier ja sofort weiter. Ich habe mich jetzt hiermit entschuldigt und was willst du mehr? Aber wofür hast du dich denn entschuldigt, Staubi? Was hast du Falsches getan? Ich habe das immer schon so gemacht. Wenn ich mich entschuldige, dann bekommt man auch ne Gegenleistung dafür. Darum geht's aber beim Entschuldigen nicht. Das heißt, lass mich doch mal ausreden, Mann. Dass ich meinen Gold-Plus-Rang wiederbekomme. Staubi, beim Entschuldigen geht's darum, dass du jemandem anderen zugibst, dass du was falsch getan hast und ihn dafür in Verzeihung bittest. Ich habe die ganze Zeit schon was zugegeben. Ja, was hast du denn zugegeben? Ja, dass ich meinen Gold-Plus-Rang wiederbekommen will. Ach, ja, das weiß ich doch, dass du den wiederbekommen möchtest, Staubi. Du verstehst den Sinn von Entschuldigung wirklich nicht, oder? Ja, warte. Ja, okay, gut. Wenn du es nicht so willst, dann muss ich dich halt eben so entschuldigen. Du musst mich entschuldigen. Eigentlich habe ich einen Plan B. Abge, ich kenne dich seit sieben Monaten. Und dafür wollte ich mich bedanken bei dir. Abge, du bist so cool zu mir. Und jetzt gib mir meinen Gold-Plus-Rang zurück. Du bist so cool und nicht schwul. Ich liebe dich schon richtig lange. Und ich hoffe, du verzeihst mir. Leute. Ich hoffe, dass ich meinen Gold-Plus-Rang zurückbekomme. Wenn nicht, dann bist du ein nicht so toller Mensch. Ich schwöre dir bei Gott, dass ich dich nicht hassen werde. Staubi. Staubi. Staubi! Was auf dem Server tun? Staubi, es reicht jetzt, ja. Reicht jetzt. Es ist ja süß, dass du so ein Lied machst, aber es geht nicht darum, sich zu entschuldigen, sondern es kommt auf den Grund an, warum du dich entschuldigst. Verstehst du? Ich habe mich doch jetzt entschuldigt. Ja, du hast dich entschuldigt. Aber für was hast du dich entschuldigt? Ja, dass ich meinen Gold-Plus-Rang wieder bekomme. Warum? Nein, 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 Staubi. Für was entschuldigst du dich? Also nicht, warum du dich entschuldigst, für welchen Zweck, sondern was hast du Falsches getan? Darum geht es mir immer noch. Bin ich jetzt ein Zweck oder was? Ach, warum du dich entschuldigst. Also, du möchtest halt einen Rang wieder haben. Ja, ich möchte meinen, Ute, okay, gut, sagen wir mal, einen Gold-Plus-Rang bekomme ich nicht wieder dafür, aber YouTuber. Oh, das hat doch, Staubi, übrigens, ich finde das ja echt süß, dass du ein Lied machst für mich, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ja, das ist ein tolles Lied, aber ich habe den fünf Minuten lang geschrieben. Ja, das wollte ich dich eigentlich fragen, wie lange du daran gearbeitet hast, aber das ist ja dann schon mal ganz süß. Ja. Und kriege ich jetzt meinen Gold-Plus-Rang? Staubi, ganz einfach, du musst, es geht darum, dass du einsiehst, was du falsch gemacht hast, deswegen kriegst du deinen Rang nicht. Ich sehe doch einen, was ich gemacht habe, und deshalb sage ich doch auch, dass ich meinen Gold-Plus-Rang wieder bekomme. Ist das denn so schwer zu verstehen, oder was? Nein, Staubi, du siehst es nicht. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier in deiner Pubertät abgeht, aber deine Stimmungswandlung, die fuck mich jetzt schon langsam ab, ne? In welcher Pubertät denn, Staubi? Bist du immer noch der Überzeugung... Staubi, ich bin krank, ich bin 19, mit 19 hat man keinen Stimmbruch mehr. Ja, was dann? Ich bin krank! Bist du impotent? Ich bin krank! Ja, ich war auch schon mal krank, da hab ich Windpocken gehabt, und du, du meinst irgendwas von wegen, du bist krank, was hast du denn? Ich hab Halsschmerzen und bin erkältet. Halsschmerzen ist doch nicht krank. Ja, aber deswegen höre ich mich so scheiße an, du bist ohne Scheiß, du gehst mir einfach nur auf den Sack gerade, Staubi, ehrlich. Ich bin heute eh schon genervt wegen meiner Krankheit. Nein, jetzt, Staubi, Ruhe jetzt. Du kriegst deinen dummen Rang nicht und hör auf mich zu beleidigen. Achso, ich... Ich hab halt keine gute Laune und ich kann auch gar nicht so laut rumschreien. Du hast keine gute Laune, ich fick dich gleich mal. Keine gute Laune, du bist schon so ein richtiger Stimmbruch-Schmock, Mann. Krieg ich jetzt nicht... Nein, ach man, Staubi. Ich weiß nicht, wie ich es dir besser erklären kann, aber es geht beim Entschuldigen doch darum, dass du einsiehst, dass du einen Fehler gemacht hast und dich in Zukunft änderst. Du weißt doch, Mann, ich weiß nicht, was ich gemacht hab. Was hast du denn falsch gemacht? Dass ich... Ja, ich schaff halt den Gold-Plus-Rang nicht mehr. Oh. Ich dreh mich mit dir im Kreis, Staubi. Ich kann dir das einfach nicht erklären. Verstehst du? Und solange ich das nicht dir erklären kann, kann ich es den Rang auch nicht geben. Dann bist du vielleicht zu blöd, kann es sein? Ja, ich bin bestimmt... Ich bin vielleicht einfach zu blöd, dir das zu erklären, kann wirklich sein, aber... Du bist... Du bist echt zu blöd, du bist... Jetzt hör auf, Staubi, reicht jetzt wirklich. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären kann und wenn du weiter den Gold-Plus-Rang missbrauchst, weil du nicht verstehst, was du falsch machst... Warum muss brauche ich den denn? Ja, das ist ja das Problem. Du weißt ja nicht mal, dass du ihn missbrauchst und deswegen bringt Entschuldigung ja nichts bei dir. Verstehst du, was ich meine? Nein. Ja, ich weiß schon, dass du behindert bist und keine Ahnung, was deine Mutter scheiße ist und dass du... Ich glaube, du bist dir wirklich... Ja, ich glaube, du bist dir wirklich nicht im Klaren, was du falsch machst, oder? Kann das sein? Natürlich. Natürlich ja oder natürlich nein? Was mache ich denn falsch? Mit dir kann man echt nicht diskutieren, kann das sein? Das ist... Deine behinderte Beurteilung ist eh der größte Rotzmann. Oh, Staubi. Staubi, ich mache einen Deal mit dir, okay? Hört sich ja schon an, dass ich verzweifle. Ja, ich bin auch mit dir echt am verzweifeln. Dann folgender Deal. Ja. Ich mache das jetzt so, ich lade unser Gespräch wieder auf YouTube und dann können die Leute in den Kommentaren entscheiden einfach dann, ob du den rankriegen sollst oder nicht, okay? Du wirkst so genervt von mir. Ja, Staubi, weil ich das nicht... Vielleicht können die Leute in den Kommentaren dir das erklären, Staubi, aber ich kann es selber nicht erklären. Ich rede doch nicht mit deinen Abonnenten. Ja, ich würde sagen, dass die Leute das einfach... Willst du noch irgendwas an die Leute sagen, Staubi? Ja, dass ihr eh nur einseitig seid. Ihr stimmt doch eh nur für Abge... Das... Weißt du, was du machst? Weißt du, was du machst? Staubi, versprichst du mir eins? Nein, nein, jetzt was du... Liest du dir wenigstens... Staubi, liest du dir wenigstens die Kommentare einfach durch und dann kann ich gut ins Gewissen sagen, dass ich es versucht... Ich will dir doch gerade sagen, wie wir das machen. Kannst du dir die Scheiße eigentlich sparen, ne? Du widersprichst dir einfach selber. Aber ist auch egal. Staubi, ich kann echt nicht mehr reden. Ich kann mit dir nicht mehr diskutieren. Staubi, es tut meiner Stimme nicht gut und ich muss gesund werden für YouTube-Videos, okay? Also, folgende Chance. Die Leute können das in den Kommentaren schreiben. Die können dir auch versuchen zu erklären, was du falsch machst, ja? Aber, ich bitte dich, lese dir das einfach durch. Aber ich werde dir die Entschuldigung nicht abkaufen, so. Okay? Leute, gebt bitte einen Daumen nach oben für die Folge. Ich bin halt echt ein bisschen genervt, Mann. Ja, würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben gebt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Habt noch einen sehr schönen Tag. Und ciao.